Bei der Fußballschule geht es für uns nicht nur darum, dass wir die nächsten Bundesliga-Profis hier entwickeln und entdecken, sondern es geht letztendlich auch um das, was Fußball ebenfalls ausmacht, um Integration, um Miteinander, um den sozialen Aspekt des Fußballs. Und was für uns ganz wichtig ist, dass wir allen Spielern auch außerhalb des Fußballfeldes eine gute Ausbildung mitgeben. 280 Bewerber der Jahrgänge 1997 bis 1999 wetteifern auf den Rasenplätzen der Fußballschule in Möselstadien. Unter Anleitung und Aufsicht von Profispielern der ersten SC-Mannschaft, den kritischen Blicken von Cheftrainer Robin Dutt und seinem Stab, zeigen sie an zehn zu durchlaufenden Stationen ihre Ballkünste und stellen ihre Teamfähigkeit unter Beweis. Es geht darum, dass wir natürlich schauen, welche Talente sich in unserer Region tummeln. Es geht aber auch für die Kinder, wie bei allen Aktivitäten der Freiburger Fußballschule, um Spaß, um Fairplay-Gedanken, um Mannschaftsgedanken und natürlich, dass sie Fußball spielen und einen schönen Tag erleben.